Weiter geht's bei Workers and Resources und ich habe mir die Mechanik hinter dem Bus Ending Station nochmal genau angeguckt. Es ist tatsächlich so, dass die Bus Ending Station nur die Fahrzeuge da rausschickt, wenn dort auch ein Fahrzeug aktiv ist. Das heißt, wenn sie berechnen kann, dass die Fahrzeuge wirklich wegfahren, wie die Abstände sind, wann die ich anhalten muss und so weiter und so fort. Wenn dort alle Fahrzeuge auf der Route stehen, gibt es tatsächlich eine Art Deadlock und dann können die Fahrzeuge nicht mehr losfahren. Das heißt, ihr müsst wirklich manuell ein Fahrzeug kaufen, das hinzufügen und dann kommt das ganze System wieder in Gang und dann könnt ihr das im Prinzip danach wieder verkaufen. Das ist ein bisschen ärgerlich, um das mal so auszudrücken. Aber das ist momentan wohl leider nicht anders zu machen. So, wie dem auch sei, es funktioniert jetzt und ja, was soll ich da noch anderes zu sagen? Es funktioniert. Okay, wir haben in der letzten Folge aufgrund der Verkehrsproblematiken, die wir immer und immer wieder hatten, leider nicht alles geschafft. Und wir sind übrigens dabei, gerade ein paar Bauteile abzuliefern. Das gucken wir uns nochmal gemeinsam mit an. Ihr seht es da oben, oh Gott. Die Industrie ist schon echt eine interessante Ecke hier. Den anderen Kram haben wir so schön glatt gemacht und da nicht. Und da wird der Import angeliefert. Okay, gut. Also, wir blenden uns das User Interface wieder ein und ihr seht, wir haben genug zu tun hier. Also, hier arbeiten jetzt acht Leute drin, hier arbeitet keiner drin. Da müssen wir übrigens mal gucken, denn hier fahren momentan sehr wenig rein. Deswegen müssen wir das wirklich mal auf 20% erhöhen, dass hier einfach ein paar mehr Leute reingehen. Und auch hier müssten dann wieder Arbeiter kommen. Also, die Busse sind auf jeden Fall wieder aktiv. Und hier steht auch nur noch einer rum. Was ist das? Ah gut, vom Eisenbahnbauamt. Aber die anderen zwei sind jetzt wieder unterwegs. Gut. Also, dann machen wir da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und wir wollten auf jeden Fall hier noch gucken und ein bisschen beobachten. Ob hier genug Leute arbeiten. Wir haben das jetzt nochmal verändert. Den Bau habe ich übrigens auch. Hier habe ich die Straße noch fertig gebaut. Oder die ist fertig gebaut worden. Dadurch können wir jetzt die Ziegelproduktion anfangen. Und dann hätten wir es im Prinzip fast alles. Und was wir machen wollten, ist den Import ein wenig optimieren. Wir haben nämlich genug Geld. Und ich möchte gerne hier das externen Lager. Das ist ja die interne Verteilung. Und das ist das externe Verteilungslager. Und hier haben wir zwar noch die Zugmaschinen. Aber wir haben keine Waggons. Deswegen werden wir auf jeden Fall erstmal zwei weitere Zugmaschinen kaufen. Die SU46. Und dann können wir auch noch ein paar Waggons kaufen. Und idealerweise stelle ich mir erstmal ein paar Waggons vor. Die nach Möglichkeit so ein bisschen Allgemeinkram nehmen können. Ziegel, Platten, Holz, Bretter. Das ist sehr gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Gut. Dann werden wir ihm sagen, er soll bitte... Einmal... Jetzt müssen wir mal gucken. Da losfahren. Und das haben wir schon drin. Und hier müssen wir beladen. Also jetzt müssen wir auch vor allen Dingen gucken, wie viel da reingeht. Und wie lang die Züge sind. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen ausrechnen. Wir haben gesagt 90 Meter. Und so ein Waggon... Schade, wir sehen die Länge nicht. Aber hier gehen 70 Tonnen drauf. Wie viel mögen das sein? 280 Tonnen am Ende. Sagen wir 300 Tonnen. Die er laden kann. Und in dem Lager sind... 1100 drin. Das heißt, wenn wir auf 50% gehen, dann saugt er das leer. Wenn wir auf 80% gehen... Das sollten wir machen. Also wenn er bei 80% ist... Wir brüllen das mal aus. Wenn er bei 80% ist... Dann fängt er an zu beladen. Bretter bitte. Genau. Also bei 80% fängt er an zu beladen. So. Entladen macht er alles. Und wir werden auch hier... Das gleiche machen. Zack. Auch da mit 80%. So, was sagt diese Zahl übrigens aus? Diese Zahl sagt euch, dass mindestens 80% drinne bleiben sollen. Aber auch da nochmal... Vorsicht. Der Zug fährt dann ja hin. Und dann macht er sich den Bauch voll. Das heißt, angenommen... Da gehen 800 Tonnen rein. Und ihr sagt... Oder sagen wir mal 1000 Tonnen. Und ihr sagt 80%. Dann erreicht er die 800 Tonnen. Er fährt also hin. Macht sich den Wanst voll. Und wenn der Wanst des Zuges voll ist... Dann heißt das ja, er lädt 300 Tonnen ein. Dann hat das Lager aber nur noch 50% Speichersatz. Und muss natürlich aufgefüllt werden. Wenn wir jetzt also sagen würden, wir machen das bei 50%, dann fährt er dann los. Lädt sich voll. Und dann hat er aber nur noch 20% drin. Deswegen, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Immer ein bisschen Puffer einrechnen. Dass wir uns eventuell... Dass wir uns nicht hier die Sachen leer machen. Also die Züge sollten jetzt auch eigentlich nicht losfahren. Das sollte noch eine ganze Weile dauern. Genau. Hier fährt keiner los. Das ist eine super Sache. Und dann haben wir nämlich das Problem hier schon mal gelöst. Dann könnten wir uns auch hier... Noch Waggons holen für andere Dinge. Wir gucken gleich mal, wenn wir dabei sind. Wir haben jetzt die Güterwaggons. Ähm... Die hier. Jetzt ist die Frage... Was wir uns noch holen. Kohle ist relativ wichtig. Brauchen wir von... Oder wollen wir erst mal mit dem auch Alkohol und sowas verkaufen? Ich glaube nicht. Aber Kohle wollen wir verkaufen. Machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir machen mal 8 Kohlewaggons. Und dann haben wir hier auf jeden Fall ein paar in Reserve. Das sieht schon mal ganz gut aus. Okay. Gut. Das interne Lager wird noch nicht gebraucht. Da sind die entsprechenden Routen noch nicht fertig. Und hier müssten wir jetzt Arbeiterprobleme haben. Da kommen welche. Okay. Dann können sie jetzt rausfahren und hier auch weiter buddeln. Und Arbeitslose, glaube ich, ist echt ein Problem. Wir können mal in die Industriebetriebe gehen. Wir haben hier nämlich... Ich weiß, Statistiken sind normalerweise in der letzten Folge der Woche. Aber das ist jetzt mal eine wichtige Sache. Wir sind bei... Kleines Einkaufszentrum. 100%. Oh, das ist aber echt wenig. 50% Hallenbad. Asphaltanlage. Kino. Es geht. Aber so richtig viel Produktivität haben wir hier nicht bei den paar Prozenten. Und übrigens unser Stadion sieht auch schon ziemlich gut aus. Das ist schon... Na, ein Drittel haben wir schon von unserem Stadion. Auch da wird schon munter weitergebaut. Auch unsere Busstation hier ist schon fertig. Da kommen auch eine Menge Leute an. Da müssen wir irgendwann auch mal mehr ranschaffen. Aber auch das sieht schon gut aus. Übrigens das Einzige, was wir von diesem Ding nicht produzieren, sind die 18 Tonnen Stahl. Alles andere produzieren wir in dieser... Ab dieser Folge jetzt mittlerweile selbst. Selbst die Betonplatten hier produzieren wir selbst. Das heißt, Brücken und alles können wir komplett ohne fremde Hilfe bauen. Mittlerweile auch die Häuser. Da können wir jetzt auch komplette und ganze Häuser hochziehen. Gut, dann kümmern wir uns in dieser Folge vor allen Dingen auch um die Verschönerung der Kreisverkehre. Da habe ich mir nämlich nochmal ein paar schöne Mod-Packs runtergeladen. Und es gibt hier wirklich ein paar sehr schöne. Das sind unter anderem die hier, die Runabout-Ornamente. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich gerne hier in die Mitte was reinstellen. Die Frage ist, ob wir hier einen Schriftzug reinsetzen. Vielleicht so in diese Richtung, dass man weiß, wenn die von hier von der Grenze kommen. Hey, wie toll das hier ist. Oder vielleicht sowas hier. Da bin ich mir halt aber nicht ganz sicher. Wir könnten auch einfach eine Statue in die Mitte stellen. Ich würde sagen, so ein Teil passt mir eigentlich relativ gut. Ich finde das cool. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das halbwegs vernünftig in die Mitte setzen. Ja, das sieht doch gut aus. So, dann müssen wir hier noch Elemente haben. Ich weiß gar nicht, ob die das sind. Nee, leider nicht. Das ist der Place. Das passt hier leider nicht. Dann machen wir das mal anders. Dann gehen wir mal, jetzt haben wir den völlig sinnlos gebaut hier. Dann gehen wir mal in die Ornamente rein. Und da gibt es diesen Asphaltbereich. Das müssten wir eigentlich bauen können. Ja, das sieht gut aus. Einmal da bitte. So, da noch einmal. Und das sieht ja schon deutlich besser aus. Ja, das gefällt mir. Das gleiche versuchen wir hier nochmal. Hier bin ich mir nicht sicher, ob wir das reinkriegen, weil der ein bisschen kleiner ist. Im schlimmsten Fall setzen wir so eine Statue, so eine Kuh in die Mitte. Dann machen wir doch was anderes rein. Gucken wir mal. Ja, das würde doch gehen. Ah, Mist. Das ist wieder das Thema mit den Überschneidungen hier. Na, das sieht ja mal sensationell aus. Okay. Dann bleiben wir vielleicht noch bei was anderem. Hier, finde ich, würde sich auch ein Name anbieten. Und der passt hier nicht. Nein, ernsthaft? Ich veräpple mich jetzt. Der passt nicht. Doch, da kriegt er. Da kriegen wir ihn rein. So. Und da fährt echt nur so ein bisschen... Na, grrr. Also ihr seht, der Kreisverkehr hat fast die Originalgröße, die hier anscheinend für Kreisverkehre gedacht ist. Dann werden wir das mal verstecken hier. Und dann werden wir hier einmal den Schriftzug... Nerdy... 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 Nervostock... Nerdy... Nervostock reinbringen. Nerdy... Nervostock. Ah, ist das herrlich. Und das... Müssen wir uns mal angucken. Einmal Nerdy... Nervostock. Ich hoffe, der fährt weiter. Oh Leute, ist das toll. Das ist das Bild, wie ich es mir von Nerdy... Nervostock vorstelle, vor einer Dampfwalze gefahrend. Sie schrußt dir den Dreck ins Gesicht. Und vorne siehst du ein Schild von... Herzlich Willkommen in Nerdy... Nervostock, der saubersten Stadt hier im Osten. Und du denkst hier... Okay. Gut. Wer wurde bestöchen von euch? Verdammt. Das hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt kommt die... Na, wer weiß es? Die Stasi, da hinten sehen wir sie. Sehr schön. Das läuft. Jetzt haben wir hier wieder einen Stau, oder was? Ne. Es entwickelt sich. Gut. Also. Wir können ein bisschen schnell laufen lassen. Jetzt haben wir ihn fertig und ihn fertig. Und das war jetzt echt eine schwierige Geburt. Das muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Wieso haben wir hier eigentlich schon wieder Platten drin? Ach, die waren wahrscheinlich gerade... Die waren wahrscheinlich gerade im... Im Kaufen, im Begriffen. Aber eigentlich kannst du dich doch jetzt... Die beiden VZs hier... Das ist das Kies-VZ. Du kannst dich doch jetzt um Stahl und Ziegel kümmern. Und musst nichts anderes machen. Wir wollen... Oh, Moment. Wir müssen noch eine andere Sache machen. Tatsächlich. Wir wollen dort laden. Und wir wollen dort laden. B laden mit Holz. B laden mit Beton. Und dann passt das. Und dann werden wir die übrigens auch die Freilager einmal benennen. Dass wir auch genau wissen... Ich glaube, den brauchen wir nicht. Dass wir auch genau wissen. Was haben wir denn noch hier alles? Das haben wir gesehen. Dass wir auch genau wissen, wer hier wer ist. Also, das ist Stratengrat Freilager Ziegel. Stratengrat Freilager Ziegel. So, das müsste da auch oben draufstehen. Das ist einmal Stratengrat Freilager Bretter. Das ist das. Dann haben wir einmal Fertigplatten. Freilager. Fertigplatten. Das wollen wir natürlich auch noch oben draufschreiben. So, dann haben wir das. Das haben wir. Das haben wir. Das können wir da auch nochmal hinschreiben. Das ist das Freilager Holz. Und das hier ist aktuell das Freilager Import. Wir machen aber schon mal das Freilager... Ne, doch. Wir machen das Freilager Import rein. Wir nennen das Freilager Import. So, dann haben wir das nämlich auch. Und das Einzige, was jetzt echt fehlt, ist Stahl. Jede Menge Stahl. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich das Importlager für Stahl... ...gerne irgendwo hier vorne hinsetzen. Hier oder sowas. Und dann mit einer Zugstrecke ebenfalls verbinden. Ich frage mich halt nur, wohin. Denn ich möchte das eigentlich hier aus diesem Block abarbeiten, das Ganze. Übrigens auch danke für eure Kommentare. Ihr hattet natürlich auch gesagt... Hey Nerd, warum... Warum bringst du denn nicht eine weitere Zugstrecke hier lang? Und ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Ich dachte, man könnte eventuell von hier aus eine... ...eine abbringen. Die Idee war nämlich... Jetzt muss ich... Oh, Moment. Jetzt muss ich aufpassen. Die ersten Bonzensiedlungen sind fertig. Da sollen wir bitte... Da erlauben wir bitte keinen den Einzug. Bürger bekommen. Ah, hier vorne können wir die Bürger... ...deaktivieren. Keine Bürger, bitte. Okay. Gut. Darum wollen wir uns natürlich separat kümmern. Wenn die ganzen Gebäude soweit fertig sind. Dann machen wir die ganzen Meldungen mal weg hier. So. Also. Wo war ich? Bei dem Freilager. Jetzt ist nur die Frage, wie wir das hinkriegen. Dass wir das Freilager... ...Stahl uns holen. Da können wir nämlich direkt anfangen mit ihm... ...große Mengen Stahl zu importieren. Wirklich immer... Keine Ahnung. 800 Tonnen oder sowas. Und dann losfahren. Dann können wir das Ding wirklich komplett... ...für die interne Verteilung nutzen. Momentan dann eben hier auch für... ...für ihmchen hier. Also für die Eisenbahn. Denn Stahl ist anscheinend echt ein großes Problem im Moment. Das muss man... ...das muss man wirklich mal sagen. Er wird auch bald fertig werden. Da mache ich mir auch keine großen Sorgen drum. Wie sieht es hier bei ihm aus? Da sind wir auch ganz gut dabei. Ja, wir müssen das mal forcieren. Dass wir wirklich die Sachen... ...dass wir die Sachen fertig kriegen. Jetzt kümmern wir uns aber nochmal... ...um die Position des Stahllagers. Wir könnten das auch gut hier hinsetzen. Daneben. Und dann hier eine Route abzweigen lassen. Wenn das denn überhaupt geht. Wenn das denn überhaupt geht. Von hier ab, bitte. Warte mal. Wir versuchen da rüber zu kommen. Das geht natürlich nicht. Ah, weil wir natürlich jetzt hier... Hm. Ah, wir haben hier ja auch extra... ...das haben wir ja extra so gebaut. Dass das... ...dass das auch wirklich so aussieht. Und das fällt uns jetzt ein bisschen auf den Kopf, ne? Ah, schade, schade, schade. Wir könnten natürlich das Lager hier hinsetzen. Und dann hier noch mit einer... ...ner Straße rausgeben. Das ist auch irgendwie doof. Also hier würde ich es nicht hinquetschen. Das macht keinen Sinn. Das... Das finde ich einfach nicht... Das finde ich einfach nicht mal passend. Aber macht das hier vorne Sinn? Wenn nur, wenn wir hier mit einer Brücke rüber gehen. Wir versuchen das mal. Dann können wir die Ecke gleich nochmal abreißen. Wir gucken mal, ob das geht. Also. Da hoch. Das ist zu weit. Einmal da hoch. Nein, 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 nein. Das spawnen wir bitte selbst. Dann gehen wir einmal da rüber. Wir müssen das nochmal abbeißen hier. Wir werden die Straße einmal... ...da hindringen. Und... ...da. Dann bauen wir von hier aus... ...ebenfalls eine Brücke. Und jetzt muss ich nochmal gucken... ...wie hoch ich die gebaut habe hier. Da bin ich mir jetzt nämlich echt nicht sicher. Machen wir mal diesen Nearsnap aus. Und dann einmal da. Das war ja mal gar nichts. Okay. Gucken wir mal, ob ich das so halbwegs hinkriege. Also müssen da auf jeden Fall hoch. So ist sie, glaube ich, nicht. So ist sie, glaube ich, ne? Genau. Einmal dahin. Und die beiden verbinden wir miteinander. Schönen Bogen rein. Mhm. Oh, mal gucken, ob das geht. Und dort kommt dann ein Lager rein. Das können wir schon mal weiterlaufen lassen. Die werden ja nicht gebaut. Zumindest hoffe ich das. Einmal bauen, bitte. So. Jetzt brauchen wir ein Lager. Nein, Quatsch. Wir bauen ein großes Freilager. Das ist ja Unsinn. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich die so komischen Lager finde. Die Freilager sind, glaube ich, hier, ne? Genau. Einmal ein Freilager in groß. Einmal Spiegel, bitte. So. Einmal daran. Was blockiert uns denn hier? Ah, hinten die Eisenbahnstrecke. Da könnten wir es aber bauen. Und von dort aus bitte mit einem Gleis. Da lang. Und da ran. Würde gehen. Das finanzieren wir direkt mit Rubel. Und einmal warten. Okay. Gut. Das sollte hoffentlich klappen. Wir sollten auch da nochmal ein Signal hinsetzen. Und dann haben wir es. Okay. Sehr schön. Das können sie jetzt auch noch bauen. Das wird natürlich auch noch eine ganze Weile dauern. Und dann können wir hier vorne die Züge auch dort reinfahren lassen. Sehr schön. Haben wir denn mittlerweile wieder ein bisschen Stahl auf Lager? Echt gar nichts. Habe ich jetzt irgendwie den Import hier kaputt gemacht? Zollhaus, Stahl und Ziegel beladen. Speicherprozent 20%. Stahl und Ziegel entladen. Da brauchen wir echt so viel Ziegel im Moment. Das ist ja der Wahnsinn. Wir beobachten das mal. Da kommt der Ziegel. Da kommen zwei Ziegelfahrzeuge an. Da sind wir jetzt sogar bei drei. Ah, das ist schon krass. Okay, also sie liefern es definitiv an. Aber wo brauchen wir denn? Hier brauchen wir 100 Tonnen Ziegel. Ja gut, das ist schon eine Hausnummer, ne? Aber wenn das fertig ist, dann sind wir in der Lage, Ziegel zu produzieren. Und das erlaube ich mir jetzt auch mal, dass wir das auch fix mit Rubel fertig bauen. Und da bitte auch. Der ist noch einer. Und da bitte auch. So, auch den bitte. Okay, und den Rest kann er dann tatsächlich selbst bauen. Sehr schön. Also, das sieht ziemlich gut aus. Und ich glaube, wir haben das, was ich eigentlich für die letzte Folge geplant habe, jetzt alles geschafft. Die Importzüge funktionieren. Hat er da gerade was exportiert? Ah, das ist unser Ölzug. Okay. Und wir gehen jetzt mal in die Pause und werden jetzt in der Nacht, in der nächsten Folge mal mit unserem Ölzug einmal in Ruhe mitfahren und uns die neue Stadt mal angucken. Also, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Strategiener. Ciao, ciao.